Jakob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Ja, bin auf dem Weg. Hinter die Barrikaden! Schnell, schnell! Achtung! In Deckung bleiben! Rückzug! Bleibt stand! Ja, ich bin auf dem Weg. Könnt sich nur noch um Stunden handeln. Irgendwie. Glaube ich's. Ich hätte auch keinen Bock hier durchzuschwimmen, Alter. Nein! Wo ist die göttliche Quelle? Spock's aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Chilliger Boy. Wow. Geil! Ach, lol. Jetzt habe ich eine Schrot- und einen Pumpgun. Oh, wie cool ist das denn? Steht am Dorf, hat unser Beschuss. Wenn Sie mich hören, wir brauchen Hilfe. Ja, ich weiß, wie cool ist das. Okay, jetzt kann ich als nächstes eigentlich wieder die Machine Gun nehmen. Weil... Öl, nice! Kannst jetzt mal... Gott! Oh, ich glaube, ich hab da grad nicht übersteuert. Ne, ach so, zack. Ja, ich hab jetzt die Pumpgun, das heißt, ich kann das Maschinengewehr irgendwie wieder nehmen. Haben wir noch Gegner irgendwie? Ja, wie's aussieht schon. Alles klar. Ach nee, obwohl einfach auf den Tank ballern, ne? Ja, doch schon so'n bisschen. Äh, ich verbinde mich mal eben. Hä? 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 Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was hab ich gemacht? Hä? 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 Ja. Ich bin da, hörst du was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert Sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlier den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte. Finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Sind die ein Paar oder sind die einfach nur Freunde oder sind die Bruder und Schwester? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. gib mir Kraft weiterzumachen. Für sie. Für dich. Für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Dann fließt er zu blut. Okay. bleib bei mir. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun sie das für uns? Oder für das, was sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja, was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Alles klar. Niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich weiss. Die Verletzten müssen sie in Sicherheit bringen. Ah. Karte! Da ist eine Truhe. Okay. Und da ist noch eine Truhe. Das war nochmal. Wir müssen jetzt nach dort. Wir könnten auch noch die ganzen Dokumente suchen, aber eigentlich habe ich da echt keinen Bock drauf. So, hier und dann hier weiter links noch. Irgendwo. Noch ein Stückchen weiter. Holz. Holz kann ich eigentlich mitnehmen, ne? Kann man immer gebrauchen. Okay, wir sind auf dem direkten Weg zur Truhe. Wie es so aussieht. Ah, hier sind wir. Okay, okay. Nee, irgendwie müssen wir hier durchkommen, oder? Hier. Nee. Hä? Da lang. Nee. Da irgendwo lang. Okay, jetzt werde ich langsam... Oder hier oben drauf. Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Sehr verwirrt. What? Jetzt in diese Richtung da. Hä? Aber da kommen wir noch nirgends lang. Da. Da muss ich rüber. Komme ich da irgendwie hin? Bin mir da gerade nicht so sicher. Und hier auch nicht rein? Ja, doch klar. Von hier oben irgendwie, ne? Aber irgendwie... Okay, ich lass das. Nö, ich. Nö, nö. Nö, 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 nö. Ich will nicht gegen dich rennen. Nein, Jackab. Ich will auch nicht mit dir reden. Oh, hallo. Uh. Ich seh noch. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren. Begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden. Wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Nö, nö. Schlimmer geht immer. Hier ist eine Truhe. Schon mal nett. Okay, nur noch ein Repetiergewehr. Heißt es, glaube ich. Da ist ein Grab. Guck mal hier. B dann. Okay. Ich glaube, ich gehe zum Grab. Aber dann müsste ich das in diesem Bad noch anfangen, ne? Da lang? Ja, da lang. Glaube ich, hier oben lang. Wie es aussieht. Oder? Ja. Okay. Obwohl, wir finden hier locker ein Lagerfeuer. Und bis zum Lagerfeuer spiele ich jetzt noch. Würde ich meinen. Das glaube ich ganz gut. Passt, glaube ich, ganz gut. Was haben wir denn hier? Genau, unten geht es weiter. Haben wir hier oben noch irgendwie irgendwas? Nee. Okay. Vielleicht finden wir hier auch schon das letzte Teil für den antiken Bogen. Ich glaube nicht, aber möglich ist es. möglich ist alles. Und das wäre voll cool. Achtung, der war rutschig. Sehr, sehr rutschig. Kannst du da nicht durch? Ah doch, okay. Ich darf nur nicht springen da. Okay, okay. Haben wir hier bitte vielleicht noch ein Lagerfeuer? Setzt euch ins Lagerfeuer. Und so gibt es Lagerfeuer-Lied. Das L-A-G-E-R F-E-U-E-R L-I-E-D Lied. Ja, ich glaube, hier hat man so gegen so ein riesiges Monster gekämpft. Also man wurde hier reingeschmissen und wurde zerfleischt. Von irgendeinem riesigen Monster oder von einem Löwen oder so. Währenddessen haben alle zugeguckt. Ist hier unten vielleicht noch irgendwas? Ja. Aber ich kann es nicht angucken. Oh Mann. Sieht man schon mal einen interessanten Teil der Geschichte und dann ist der nicht mehr anklickbar. Und hier ist das Lagerfeuer. Nice. Großartig. Ja. Alter. Alter. So. Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach alle Fähigkeiten erstmal zu Ende. Und zwar das hier. Nach dem paar Arzten. Erstmal keinen Schaden erleiden. Können wir keinen Upgrade machen? Okay. Dann gucken wir uns das hier doch mal kurz alles an. Damit ich ein cooles Thumbnail habe und diesen Part einfach wieder nur großartig nennen kann. So. Schönes Thumbnail. Und ich nenne den Part einfach großartig. Haha. Einfach perfekt, ey. Ich finde sowas toll. Einfach einen Namen für Parts haben. Schön. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut drei nach.